Es ist natürlich immer sehr spannend, wenn man zwei Sportarten zusammenfügt, die eigentlich eher so sportlich nichts miteinander zu tun haben, aber dann doch irgendwie verbunden sind mit den Spots. Die Silke ist, würde ich sagen, ein ziemlich aufgeweckter Mensch, ziemlich aktiv, immer in einer guten Stimmung auf jeden Fall. Ich bin mit Mo auf jeden Fall ziemlich gut klargekommen, direkt von Anfang an auch, haben uns gut verstanden, haben viel gelacht und so ist eigentlich der ganze Tag dann auch gelaufen. Wir sind hier am Kulturforum, es gibt verschiedene schrägen Geländer, Kanten, an denen man grinden kann, runterspringen kann, rüberfahren kann. Ja, wir haben uns erstmal einfach nur umgeguckt, mal geguckt, wer könnte wo was machen und dann auch gemerkt, wie sehr sich die Spots eigentlich auch ähneln. Und ja, er hat sich natürlich direkt eine Rail geschnappt. Wenn du hier quasi anrennen würdest, du rennst an, springst dann so auf den Rücken. Ich habe den Tag gut ausgenutzt, die Sonne gut ausgenutzt, rausgegangen, Sport gemacht, jemanden getroffen, mit dem ich mich dann auch sehr gut verstanden habe und noch ein guter Tag. Hey Luca, ich habe gerade mit Mo in Berlin gedreht. Hi, grüß dich. Pack doch mal den Bruno ein, ihr seid das Nächste dran. In Frankfurt, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.